Ja gut, dann mach ich jetzt auch an hier. Nee, das muss... Nee, wirklich. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Grüß Gott. Warst du schön uncut, hä? Ja. Ja. Wird durchgelacht, ne? Fängt gut an. Genau so. Johnny, nimmst du drinnen auf? Nee, wo denn sonst? Was soll denn jetzt die Frage? Alter, Torek kickt. Alter. Hey, wo kann ich denn den Champ wählen? Ach, du hast noch gar nicht gespielt. Ja, das kann ich alles. Und wenn du zurück zu den Waffen, dann musst du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das weiß ich, aber wie... Ich sehe immer Leute, die sofort so ein komplettes Haus bauen. Wie mache ich das? Ja, dann musst du halt schnell sein. Ach so, ich dachte, es gibt quasi eine Tastatur, das es nicht mehr einfachen. Und wie wechsle ich schnell die Materialien? Weil das ist ja so ein Ding. Du wählst es aus und machst Rechtsklick. Oh, das ist laut. Okay, los. Battleboy! Den Lautstärke-Mixer anmachen. Alter, Leute. Seid mal alle ruhig. Seid mal alle ruhig. Geile Mucke, Battleboy. So zusammenreißen. Wie oft habt ihr schon gespielt, seid ehrlich. Hä, schon 5 Partien oder so. Jo, die beiden können gar nichts. Okay, warte mal, ne? Irgendwo außerhalb. Ihr lasst hier hinten hin. Hier, komm, hier hinter den Hügel. Also ich bin jetzt gerade erstmal... Okay, ja, hinter den Hügel. Müssen wir jetzt abspringen? Okay, wir müssen raus, gelb und du lila. Lila? Lila, wo ist denn lila, Alter? Links! Links. Woffergeburt, Alter. So. Äh, erste Regel. In Fortnite muss man wesentlich eher runter, weil man noch richtig weit mit dem Fallschirm fliehen kann. Ja, da habe ich auch gemerkt. Ich ziele immer mit dem Penis dieser Figur hier. Das hilft wirklich. Mit dem Penis? Ja, also wenn du mit dem Penis quasi das Ziel anläsierst, dann funktioniert das. Digga, ich bin eine Frau. Ja, cool. Nee, du bist eigentlich ein Mann. Jetzt bin ich hier schon sofort in der ersten Aufnahme daneben gestuppt. Äh, wollt ihr hinter den Hügel oder ich dachte, auf den Hügel? Ich bin auf den Hügel gegangen. Hinter den Hügel. Das ist hier oder nicht. Ja, ihr hänselt, Alter, und Gredl. Okay. Wollt ihr denn da machen? Mit dem Hügel? Alter, bin ich der Erste? Was wollt ihr denn da machen? Wir bauen uns hier ein Zelt, Alter. Was sollen wir hier sonst machen? Sag mal, Kroketten, Kalle, ne? Ja, da kann ich mal einer. Was ist jetzt bei dir? Wirst du jetzt hier zu kleinen Käpten, oder was? Du kannst ein Spiel spielen und mit dem Rest bist du überall scheiße. Ist das dein Ernst? Komm, wir machen einen Wettbewerb. Wir spielen sechs Spiele und ich knall dich in allen sechs weg. Ich finde gut, dass wir ein Team sind. Ja, ein klasse Team. Johnny, ich habe eine Waffe für dich übrig. Ja, Suki. Ja, ich komme ran. Wo bist du denn, mein Junge? Ich habe dir hier auch eine... Alter, fühlt sich das gut an. Ich bin nicht der Schlechteste in der Runde. Ja, ne? Wir sind die Starspieler-Trimings. Wir haben Wochenende. Genau so. Wo bist du denn? Ach, ich bitte euch. Bist du für einen Bergsteiger? Bist du ja schon runtergekommen? Ja, ich habe da hinten, das habe ich doch die Dinger gedroppt. Hast du dich gesehen? Hier. Alter, da bist du. Komm mal ran. Hier. Hier, da hätte es einfach meinen Weg gehen können. Ich gehe hoch, du gehst in den Keller. Kriegst ein richtig schönes Sturmgewehr. Was? Das ist doch Kacke. Ich habe schon ein paar Runden gespielt, Trimax. Ich dachte, es ist ja was Richtiges für mich. Was? Wir waren nur in einem Haus, Alter. Glaubt man nicht, dass da eine Legendary rumliegt. Ja. Dann warst du wohl im falschen Haus. Oh, hier ist... Oh, ich kann die Wand kaputt machen, ne? Ihr könnt alles kaputt machen. Komm nicht. Müsst ihr auch. Warte, aber um die Truhe nicht abbauen. Hast du geöffnet? Nee, der macht die Truhe kaputt, ne? Der ist schön. Alter, das klappt. Oh, warte mal. Ey. Haha. Alter, das Lilan ist doch mega heftig, oder nicht? Das ist die zweitbeste Waffe im Spiel, Junge. Alter, du gibst das Ding her. Nö. Ich mache dich kaputt, Junge. Was? Ich habe die zweitbeste Waffe, würde ich nicht machen. Wieso? Warum? Warte mal. Hä? Ich bin looten ihn ja. Wie damals in WoW? Zack. Wie kann ich Waffen wegschweigen? Du siehst schon ein bisschen krass aus, muss ich sagen. Äh, alt. Alt? Okay, wir müssen in die Zone, Leute. Nee, ohne Witz, Kalle. Die ist besser bei mir aufgehoben. Ich kann dir gerne eine andere geben. Nee, die ist nicht besser bei dir aufgehoben. Schrot. Willst du MP? Ja, ich würde eine Schrot nehmen. Ich nehme die einfach, wenn ich schrot nehmen. Schrot, die hast du gar nichts? Doch, doch, ich habe zwei, aber ich... Die sind beide Kacke. Ja, eine Schrot. Nee, zu. Vielen Dank. Wollen wir los? Ja, gerne. Wir können nicht verlieren. Ich habe die zweitbeste Waffe, Junge. Arme. Was hast du denn? Stark. Die epische Ska. Ah, ja, die ist gut. Das habe ich doch zufällig in den Stream reingeguckt vor einiger Zeit. Da meinte Trimax die beste Waffe im Spiel wäre, als er die Ska gedroppt hat. Nee, das ist die Engendary Ska. Es gibt zwei Ska. Ah, okay. Ah, okay. Aber es gibt halt auch die One-Shot-Sniper. Finde ich aber gut, dass du meinen Stream guckst. Ja, natürlich immer. Er guckt meinen Stream, Junge. Wir haben zusammen gestreamt, du Affengeburt, ey. Entschuldigung. Ah, komm, komm, komm. Okay, das ist jetzt sehr beleidigend und durchaus richtig. Wir streamen schon länger, Johnny, ja? Bist du nicht der einzige Freund von Trimax? Warte mal. Ich dachte von dir. Aber es ist in Ordnung. Die Frage ist halt, wie oft hat Trimax schon mal eine Aufnahme gemacht? Keinmal. In zwei Jahren YouTube-Geschichte hat er bisher immer nur Streams verwendet von sich. Nein, das ist nicht ganz richtig. Das stimmt nicht vollkommen. Jetzt verträgt mir nicht die Tatsachen. Mein zweites YouTube-Video war tatsächlich eine Aufnahme. Längst können wir noch das eine Haus auskratzen. Das mache ich. Okay, das Problem ist hier im Gegensatz zu PUBG, man kann sich nicht mit Alt umschauen. Das heißt, ihr müsst immer sehr amachsam sein. Achtung, Trimax, weppert mal kurz stehen. Achtung. Doch, doch. Ganz richtig. Soll ich kurz stehen bleiben, ja so? Es ist Nacht, Senoritas, ja. Schade. Aber komm mal her, ihr kriegt jetzt hier was von mir. Und Third-Person-Abuse, Leute. Wir wissen, wie es geht. Bin ich behindert? Gelb? Die ist blau. Ja, ich habe eine grün-gelbe Schwäche. Oh. Echt? Ja, tatsächlich. Nein, das gibt es gar nicht, oder? Doch, dann bist du behindert. Grün-gelb nicht. Okay. Ja, gut. Also, ja. Aber sowas wie Scopes oder so gibt es hier nicht. Nee, nee. Nee, aber es gibt Busch. Der Busch ist cool, Alter. Ich habe mich fast kaputt gelacht, weil ich das erstmal von Busch weggeholt habe. Das ist so lustig. Das ist so lustig, weil wir uns alle vier geholt haben. Weil wir uns nicht gereinigt haben. Ja, ich will auch ein Busch sein. Also bis jetzt muss ich sagen, ein Speicher ist gelootet. Feuerwehr. Hier ist gelootet. Arminer. Arminer Koi. Wir gehen links den Berg hoch. Abhil. Abhil ist das Wichtigste in dem Spiel. Ja. Halt dein Maul. Ich sage einfach mal ja. Es wird heller jetzt, ne? Seid ihr, wart ihr PUBG-Gut oder seid ihr echt komplette Amateur? Diesen Komplett scheiße. Ich bin aber richtig gut im PUBG. Was laberst du für eine Scheiße? Na ja, richtig gut. Jetzt auch nicht links hoch, Leute. Du bist okay, Jisch. Egal. Jedes Spiel, wo es ein Zielkreuz gibt und man das mit der Maus steuert, kann ich. Du bist nicht so gut drin, ja. Oh, warte mal. Okay, ihr seid also alle gemein. Warte mal, Junge. Der haut auf den Baum an, ne? Ich meine, aktuell kann er nicht mal LOL. Was willst du denn jetzt von mir? Boom, boom, boom. Verpisst du, Gold 4? Junge, wenigstens spiele ich nicht aktiv. Ja, dann macht es besser. Der Climb. Hey, okay, komm. Hallo, jetzt nicht Gefühle verletzen. Warum war der Climb eigentlich scheiße, Johnny? Darüber hast du auch ein Video gemacht. Ja, hab ich. Hättest du ihn mal angucken sollen, hast du was gelernt. Hey. Mich interessieren Loser nicht, deswegen guck ich das nicht. Oh, Alter, jetzt geht's aber an. Boom, 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 hier, du. Ei, ei, ei. Ah, hinter mir, hinter mir. Lol, du Affengeburt. Ah, lol. Hey, hey, hey. Hey, du musst doch nicht sofort übertreiben, Alter. Ich hab mich mal aus, Dan. Ich hab mich mal aus, Dan. Schießt mich tot und belebt mich wieder, dann hab ich mehr Leben. Ich hab 13 Leben, ja. Kann mich mal einer wieder beleben hier? Jetzt. Gut, fängt gut an, Leute. Spannender Inferno ist auch da. Galle. Das ist Teamarbeit, Leute. Alter, ich bin doch nicht hier, euer Humblemann, Alter. Wenn ihr euch zusammenreißt, wie viele zwei Spastik-Kinder im Sandgasten, ey. Das sind Prioritäten, Johnny. Der hat meine Schaufel genommen. Das sei das. Ich nehm nicht mehr mit dir auf. Falls wir Gegner sehen sollten, dürfen wir nicht sofort schießen, weil dann sehen sie uns. Jetzt alle zusammen schießen. Lass da den Backo bei 60. Ich geh noch kurz zu die Tanke. Erstmal Bier holen. Schön, erstmal ein Snickers plündern. Oh, hier war schon jemand. Ja, ja, wir müssen echt aufpassen. Der ist hier alles gelootet. Okay, Leute, wir bauen uns hier hoch. Johnny, wenn du mich nochmal abschießt, geh ich. Win-win also. Da ist sogar eine Wand gebaut worden, glaube ich. Wir spielen mit absoluten Bonobos. Jo, die Hälfte ist schon tot. Stark haben wir bisher gespielt. Ihr seid echt Naturtalente. Also, ich hab auch schon den ersten Take-Down gehabt. Also, kann mich nicht beschweren. Wer hat das hier gebaut? Ja, Max ist einfach scheiße. Was? Hier hat auch schon jemand gelootet. Ne, nicht gelootet. Oh, hier, meins. Ja, nein. Was ist dieser Mana-Trank? Maner-Trank ist richtig. Jo, das Schild-Trank, Alter. Hast du full Mana. Hier sind welche unten? 60. 60. Auf den, der auf die Wand schießt? 4, 6. Quick Math. Treffer. Treffer. Treffer, hab ihn niedergestreckt. Auf die Leiche. Auf die Leiche, Junge. Schöner Kill-Steel. Ist gut. Okay. Unten im Haus. 60. Er ist übelow. Jo, da. Am Fenster. Rechts. Da sind die mal in Granaten. Sind die bescheuert? Die denken, wir sind da unten. Ne, ich schieß mal nicht, solange sie sind nicht die. Rechtsbord einer. Rechtsbord einer. Schießen. Treffer. Ab ihn auch einmal. Links am Fenster. Links am Fenster. Ab ihn. Oh, Headshot. Hab ihn einmal getroffen. Wir müssen sie langsam pushen, glaube ich. Ja, ich bin dabei. Wir bleiben alle irgendwie low. Aber wir bleiben einfach abhildet. Die kommen da nicht raus. Ja, wir müssen die Zone. Ja, okay, dann. Ja, dann. Tschüss, Jungs. Ich bleibe als einziger hier oben. Okay, Jungs. Was mache ich denn mal mit diesen Dingern? Ja, dann fällst du nicht so tief. Das macht schon. Die sind da alle noch? Ich push von ganz links. Ich gehe ganz links aus. Oh, oben bauen sie, oben bauen sie. Unten ist einer, der rennt gerade mittlere Etage. Oh, jo. Der ist immer noch am linken Fenster gewesen eben. Ja, der ist am richtigen Fenster. Der geht hoch, der geht hoch. Der hat mich gesniped. Was? Knockdown. Knockdown. Aber ich bin ja scheiße in dem Spiel. Ich habe auch oben den richtig Hits verteilt. Okay, ich push den von links. Ich push rein. Ich mache oben Druck. Hey, da. Wieso trifft der Scheiß nicht? Hab einen, hab einen oben. Hab einen oben niedergeschreckt. Kalle, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ihr könnt komplett hoch pushen. Einer liegt oben. Die bauen jetzt eine Wand oben. Dann schieße ich den wieder weg. Mann, Johnny, warum stehst du mir im Weg? Alter, was machst du denn da? Schieß mir doch nicht den Rücken. Kalle, hast du sie? Wichtige Information bitte an mich. Jetzt belebt mich wieder, du Arschlauch. Ich habe fast alle. Ich habe fast alle. Kleiner ist direkt zu viel. Ich habe alle getötet. Ja, und mich auch. Amen, Akoyion. So, aber Hauptsache, ich bin scheiße in dem Spiel. Hey, das hat doch niemand gesagt. Ich habe das gesagt. So, Johnny, beruhig dich mal. Du warst total im Weg. Junge, wenn ich hier losballer, dann wächst da kein Gras mehr. Du hast halt echt alle getötet. Ja, ich habe es doch gesagt. Ich habe zwei runtergeschossen. Jetzt beruhig dich, Kalle. Kalle ist schon wieder völlig am Ausschlüssen. Aber, was? What the fuck, Trimax? Hast du gerade Trimax getötet? Nee, eigentlich nicht. Trimax? Was passiert? Nee, nee. Ich habe mich selber gekillt. Das, das, das war irgendwie merkwürdig. Er statt vor mir. Ich war bei der Seite in die Zone. Das einmal war ich tot. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe einen Schuss gehört. Ich habe einen Schuss gehört. Ja, er hat auch geschossen. Lass uns mal in die Zone rein. Ich brauche jetzt Verbände dafür. Wir sind hier nicht safe. Hat jemand Verbände? Ich brauche auch Verbände. Wir müssen aber erst mal in die Zone, bitte. Vorne sind welche? In Norden? Direkt Norden? Okay, warte, ich habe einen Sniper. Ich habe einen Sniper. Im Haus, im Haus. Ich habe einen Sniper. Mit der Tür? Hat sich keiner verbänden? Freilich hat er verbraucht. Hanno, hast du Verbände? Nein, ich brauche aber auch welche. Kalle, ich bin hinter dir. Ich bleibe auch diesmal hinter dir. Er ist im Haus, ja? Im Haus, ich schwöre. Dann gehen wir jetzt nah ran und ballern Granaten rein. Wer hat Granaten? Ich habe keine Granaten. Ich habe auch keine. Okay, ich habe drei. Kalle, wir bleiben hinter dem Baum hier, ne? Ja, ja, genau. Ich pushe mich ran. Gib mir mal Feuerdeckung. Ja, wir müssen so ein bisschen gucken, ob wir woanders noch welche rumgehen, ne? So, Achtung. Ich bin so dermaßen low. Achtung. Ja, ich habe die Tür im Blick. Du gehst auf. Yo, hab einen gehittet. Hab ihn auch gehittet. Nice. Oh, der hat noch nichts gar. Nice. Wer will die haben? Danke, danke, Alter. Danke. Wer will die haben? Ey, der war allein, ne? Schimax nimmt die einfach. Ey, Medipack kann ich dir droppen. Das wäre super. Ich bräuchte so eine Rüstung. Habt noch jemand irgendwie... Schild rein? Schild rein ist wohl selten. Niemand hat ein Schild. Niemand hat ein Schild. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, ja? Ich bräuchte einen Atetenwerfer. Hatte jemand einen Raketenwerfer? Ne, lass uns mal bitte das Haus pushen. Und im Haus können wir erst mal chillen. Ai, ai, ai. Das läuft ja viel geschmiert. Alter, wir sind irgendwie... Wie gescheidet. Ja, wir haben das Gefühl, Johnny, dass ich carry noch. Achtung, da sind Treppen gebaut. Ja. Guck dir nochmal so ein bisschen nach oben. Immer mal hin und her kommen. Glaubt rechts rum. Okay, ich sehe drin keinen. Auch nicht. Bin schon ein bisschen am flankieren hier. Ja, ich bin auch rechts rum. Ich gehe mal die Treppe hoch. Oh, ich höre über Schüsse weiter weg. Vielleicht sind die weitergezogen. Ja, hier sind auch wieder Treppen. Wollen wir hier reingehen? Ja, sehr schön. Okay, ich bin drin. Alles clear. Oh, Junge. Junge, dachte ich mich so erschrecken. Ich dachte, man braucht den Shit. Ja, aber... Ja, aber nicht in der Phase. Okay, sorry. Sorry. War der mittlere? Nee. Oh, da liegen Verbände. Wo? Die, ich bräuchte noch. Ja, nee. Das ist zu risky, da hinzugehen. Okay, ich sehe einen. 120. Ist gerade gestorben. 120. Am Ufer. Ein bisschen weiter vom Ufer weg. Da ist gerade einer gestorben. Das heißt, das ist ein Gegner. Ja, rennt noch einer. 120. Oh, da fliegt eine Rakete lang. Hinter uns auf den Berg. Hinter uns auf den Berg. Richtung Westen. 285. Sind oben welche auf dem Berg. Okay. Okay. Ich habe leider nicht so viel Munition. Ja. Der eine ist runtergerutscht. Der eine ist runter. Alter, Max. Haben wir den, der unten ist? Lass den finischen. Einer ist unten. Einer ist unten. Ja. Ich gehe den holen. Okay. Ich gucke weiter nach 120, ob die näher kommen. Die bauen sich gerade ein Haus oben. Hä? Einer war doch runter, oder habe ich mich verguckt? Ja, einer ist runter. Einer ist runter. Aber der kann auch super low sein. Ja, ich finde den nicht. Ja, zu uns. Zu uns. Zu uns gerichtet. Die bauen oben jetzt. Wo? Ja, vom Baum. Ich hole den. Ich rushe den. Ich rushe den. Gib mir ein bisschen Zeit. Oh, ne. Der hat mich. Der hat mich. Oh shit. Leute, wo sind die? Der ist hinter dem Baum bei 300. Kalle, ich kriege zu dir. Ach, 300? Bei E sind auch noch ganz viele. Direkt er bei dem Baum. Ja, aber wir konzentrieren uns die auf 300 jetzt. Siehst du den, Kalle? Ich sehe die Schüsse nicht. Ach, da. Irgendjahr abartig. Da links ist einer. Oben auch noch, ne? Links ist einer jetzt am Baum. Kalle, ich komme. Warte, warte, warte. Versuchen wir zum Baum zu gehen. Ich komme gleich zu dir. Wollen wir den Baum wegballern? Ah, ah! Okay, ich bin raus. Scheiße. Hinter dem Baum. Sie stehen hinter den beiden Bäumen. Ach, da unten. Oben auf dem Berg ist auch noch was, ne? Da schießt Max drauf. Ja, ich schieße den oben ab. Wie kommt dich da? Ich muss mich mal ihm heilen. Scheiße! Schade, ey. Ich bin fast erwischt. Das sah echt gut aus. Die sind super dicht jetzt hier. Ja. Ich habe richtig Schiss, dass die hinter mir dran sind. Aber ich habe keine Wahl. Ich musste euch jetzt helfen. Ich habe das Gefühl, ich will wieder zu euch. Komm mal wieder irgendwie zu euch. Ich habe auch keine Munition mehr, ey. Andere Seite könnte halt auch noch was kommen, ne? Ja, Kalle, komm mir erst mal ins Haus. Ja, bin klar. Hab ihn einmal gehittet. Ich will noch jemand Amo für M4 oder was das ist. Was ist denn M4? Ich versuche zu flankieren. Ne, brauchst du nicht. Die müssen zu uns kommen. Okay. Ist er gerade näher gerannt? Ich habe es nicht gesehen. Ne, ich habe, also ich war bei dir drauf und da brauche ich nichts. Oh mein Gott, ich habe es verkackt. Schießen die jetzt auf uns? Ja. Trimax ist da. 100 AP? Scheiße, das war so schlecht. 28. Die kommen hier unten, die kommen hier unten. Die sind alle da, die rushen mich jetzt. Oh, Kalle, last man standing. Nein, du brauchst nicht flankieren, wenn... Kalle, ich kriege ich ins Haus. Wir brauchen... Oh, die kommen auf. Kalle, wenn du... Oh! Kannst du zu mir? Kalle, kannst du zu... So schlecht. War schon schlecht. Kalle, ich versuche ins Haus zu krabbeln, dann haben wir noch eine Chance. Oh, jetzt werden wir hier gerade alles gemacht. Ja, wir werden gesandwiched. Kalle, kannst du um mich herum bauen? Das sind einfach acht Gegner in Joel. Kannst du hier eine Wand bauen? Warte, ich krabbel ins Haus, dann haben wir eine bessere Deckung. Oh, shit. Okay, jetzt kannst du, ich gucke aus. Alter. Er ist drin, er ist drin! Oh, Alter! Okay, aber Platz vier. Platz vier? Gute Warm-Spiel-Runde. Oh, in Ordnung, ne? Jetzt ist es auch warm. Ihr hättet im Haus bleiben können, ne? Wisst ihr? Nächste Carries.